Irgendwas müsste passieren. Ui. Passboden. Können die was? Nö, geht. Zum Schluss kommt dann noch ein ganz großer. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Gras. Ja, bis dahin habe ich es doch vergessen. Die Troppen sogar. Was? Oh. Die Troppen haben richtige Löcher in die Rüstung. Na, was macht denn dann dein Boss? Mit mir. Fragst du, sie haben Werbung. Sieht ja mal richtig gut aus hier. 20 Silber. So, das mal rein. Das mal rein. Ich habe einen Bock hier durchzusortieren. Das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Vorratskiste? Nee. Toller Fass-Sierp-Tabak. Damit kommt. Ja. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, das hat aber gedauert. Genau. Immer doof. Da. Dann haben wir da auch schon die zweite Quest. Wenn wir es denn schaffen. Aber sollten wir. So wie es aussieht. Genau. Gib ihm Kante. Bäm. So, das noch. Und das noch. Und den kriegst du auch noch verschillt. Und den. Und dann geht das Licht aus. Jawohl. Dankeschön. Da haben wir das. Und dazu haben wir schon mal den ersten wieder davon. Da sollten wir ja Zähne draußen abgeben. Bäm. Was hat man noch für Schlüssel? Ich muss mal hier die Schlüssel anzeigen lassen. Ältestenplatz und Feststraße. Bäm. Da drüben war Königsplatz. Den klopfen wir uns jetzt mal hier durch. Bring mit, was du brauchst. Was unbedingt soll. Den Rest machen wir damit platt. Und damit. Und damit. Und damit. Und den machst du mal so rum. Und den hätten wir vielleicht auf den nächsten machen können. Und das so rum. Und das so rum. Und dann nimmst du mal die Krankheit runter. In der. Der wollte nicht da drüben. Okay. Dann halt jetzt. Bitteschön. Dankeschön. Haben wir sie alle durch? Hier vorher voll machen. Ich weiß nicht, ob die funktioniert. Scheint so. Die waren früher eklig. Ganz eklig. Nicht nur, dass es irgendwelche Ratten sind. Da sind viele mit einem Ruhren gekommen. Nack, 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 nack. Und da ging auch mal ganz schnell das Licht aus. So. Krass. Wie viel das da blinkt. Wir sind auf der Marktgasse. Und. Komm. Hier einfach mal. Zieh rein. Gucken, wo es kommt. Wenn genug da ist, zünden wir mal wieder den da. Und dann den da. Und den da. Da können wir diesmal so auf den schwenken. Jetzt das benutzen. So auf den schwenken. Und das benutzen. Und da liegen die auch schon im Skat. Die nehmen wir gleich so mit. Drücken den noch eine Keule rein. Und dem noch eine Keule rein. Dann können wir auch den damit nämlich gleich. Jawohl. Ranziehen. Und verknibbeln. Dann haben wir den von der Seite weg. Ja, ja. Lass das mal stecken, du. Dann stellen wir dich erstmal hier hin. Ach du. Sozusagen. Und den da. Und den da da krittet. Jawohl. Dann ist der auch fort. So. 11.500. Jawohl. Das geht doch vorwärts. So. Hier geht es rum. Ne. Sehe ich leider nicht. Soll ich es euch alles zeigen? Wollt ihr das sehen? Bestimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es langweilig. Wir kommen ja dann nochmal zurück. Ähm. Ja. Haben wir die schon alle? Blaster? Versorgte Proben haben wir. Archivar kommt noch. Große Fraßjab haben wir. Die ruhelosen Seen. Ne, haben wir noch nicht. Uns fehlt noch eine. Ähm. Hier liegt was und stinkt. Das ist ungewöhnlich. Hier geht es dann in den Kathedralenteil rein. Oh, hier ist da noch eine. Siehste. Dann kannst du hier oben lang und da drüben lang wieder zurück. Dann laufen wir erstmal da drüben rein. Machen da. Einen großen Teil. Wir müssen dann wieder zurückkommen. Ja, das tut mir sorry. Aber das lässt sich nicht ändern. Auf den großen drauf. Dann machen wir das hier mit der Weihe. Im Kreis drehen. Und dann sollte das Geschichte sein. Jawohl. Durch so. Und so kriegen wir Mana wieder. Jawohl. Pass, Wackel, hat Luft. Blutfels Hammer. Krasse Sache. Jo, immer her mit dem Gedöns hier. Die nehmen wir auch noch mit. In den Kisten hier ist selten was drin in den Vorratskisten. Da geht es nur um das Weihwasser. Rinten-tinten-tinten-tinten-tinten-tinten-tinten-tinten-tinten-tinten. Ähm. Ja. Die nehmen wir trotzdem mit. marktgasse so dass das dahin das so das dürfte der bus sein das so um das so maske da und verziehen immer her damit wenn man dich auch noch mit wenn man es schon so weit haben da kommt noch ein bürger raus hier wohl damit sind wir ja schon relativ weit so jetzt wird es anstrengend die poporoten kavaliere kekken nervig die hier beschwören wasser elementarum das ist nicht ganz so tragisch eigentlich so muss nur aufpassen dass du nicht rundherum alles gleichzeitig putzt sondern schön einzeln schnappen wir jetzt mal den da und manchmal rennen sie auch weg ich kann dir gar nicht mehr sagen welcher von welchen weg rennt ist aber unangenehm wenn sie wegrennen ja siehst es denn wenn die hier von einer gruppe zur nächsten gruppe rennen wars das das ist ein herbeizauberer den musste leider reicht das so ne reicht nicht aber er zaubert gerade damit kriegen wir den so ein dich hol ich so ich mach einfach mal den vorruf sauber ab wann hier was kommt weiß ich nicht mehr wenn du den vorruf sauber hast kommt auf jeden fall der unsere schultern droppen unsere hände droppen kann also meine unsere genau passt schon hast du mir jetzt meine waffe geklaut ich raste aus mal gut dass ich das geskillt habe dass das nur halb so lange dauert ja normalerweise skilt man sowas nicht mit ist mir auch vollkommen klar macht man nur für solche events in die zahlen kommst du mit tatsache cool dann können wir das sowieso und so machen und dann mache ich auch weg gut mit der clear auf zu dir ja ja gar das ist immer drauf da ne genau machst du richtig machst du fein das war jetzt unangenehm das machst du nicht noch mal das machen wir so rum hier ist irgendwas durch die kante geflogen ich muss nicht das ist schön so akku habe ich trotzdem das ist da hinten die knüppeln sich auch das ist fein damit sind sie von mir abgelenkt und doch nicht also fein schon aber sie waren nur kurz gelingt aber auch nur kurz und dann so ach das wurde ja doch das war die andere habt ihr getauscht nebenbei schweinerei so den da und den da und jetzt haben wir noch den da timi müsste kommen wenn man die beiden hier unten den einen hier unten gelegt haben muss ich mir was aufheben eigentlich nicht erneuerung bastion nicht kathedrale bastion heißt es hier genau aber ich verwechsle das auch immer wie viel zu viele andere leute ja ja das andere ist charlotte das kloster aha die alten leute hören sowas gar nicht gerne kathedrale bastion ja ja und hier kommt kommen wir da raus und kommen wir da weg wenn man das schön so machen dann machen wir das hier ich möchte team hier vorne sehen außer er spawnt mir hier im rücken normalerweise spawnt er hier vorne und läuft dann hier rum und kannst du erst hier hinten angreifen aber ich weiß ja nicht wie das jetzt hier auf dem server ist ich war ja schon lange nicht mehr drin schnupp ich mir den da noch er hat die ganze zeit auf sich rum sporten lassen dass nichts passiert krass die resi möchte ich mal haben da ist er normalerweise schreit er auch noch daher stammt das auch hier siehst du timi der grausame oh ja wenn er hier einfach so rauskrabbelt ist auch nicht schlimm finde ich hauptsache er ist da hauptsache man kann ihn so klatschen wie es sein sollte und hauptsache hat meine in stülpen des lichts dabei genau machst du fein machst du richtig dann brauche ich timi wenigstens nicht noch mehrfach zu grinden oh ja komm wir müssen mal ein bisschen aufräumen so ich habe da mal ein bisschen aufgeräumt weiter geht es hier rein in die bastion dann machen wir noch ein ganzes stückchen und dann müssen wir auch mal kurz wieder raus denn hier drinnen gibt es auf jeden fall eine folge quest dann für den endboss zumindest für diesen teil der instanz ah das macht so einen spaß hier jawohl immer drauf da ach so sollte man sich eigentlich übrig lassen hier gibt es auch wieder weg na das war erstmal ein heiler dann sollte ich den vielleicht vorklatschen komm die heilung doch nochmal durchbringt oder was mann 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 so hier das ist herbeizauberer initiant ist das ne bürmst die bürmst erneuerung jawohl blitzheilung das ist brauchst du nicht mehr hat sich erledigt wieso kriege ich hier achso ne das sind ja keine untoten ich wollte gerade sagen agentum buff wäre nicht schlecht gewesen ähm ja alle der lichter was alle der lichter das klingt schon wieder naja gut ähm hier initiant zieh mit zieh zamm da machen wir mal risiko haben wir noch irgendwo einen initianten ne wir haben einen herbeizauberer die dürfen mal mitbleiben dann machen wir erstmal die nahkämpfer weg und dann machen wir die caster nein 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 den da sollst du jawohl so genau gürtel des magister gürtel des lichts aber gürtel des lichts durften wir auf der bank schon haben den hatten wir ja damals gekauft magister nehmen wir gleich mal mit raus den können wir wieder verkaufen die werden im moment auch noch gut nachgefragt zieh zamm hau um ne erst den nahkämpfer du kannst da ein bisschen rumspielen wenn du das magst keine ahnung warum der jetzt keinen beschworen hat sollte eigentlich aber mess du alles umfallen auch so wir gucken uch malor der eifrige da haben wir doch schon wieder den nächsten komm mal her malor 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 keine ahnung oh da ist sogar meine aktion von mir ausgelaufen heiliges licht ja heiliges blechle ne was machst du da aber ja darfste darfste so viel macht das nun auch wieder nicht gibt es hier irgendwas besonderes ah hier gab es doch die kiste ne mit dem medaillon des glaubens das werden wir später noch brauchen für den erfolg hier mit den ganzen büchern kannst du natürlich auch hier mal die bücher durchblättern und so weiter aber das sind jetzt viel zu viele bücher um das mal so auswendig vorzustellen mhm da kann man nachgucken dafür gibt es geils und nein ich werde keine davon machen ähm da ist der indizent jawohl ich dachte gar nicht weiß aber irgendwie wollte ich es nicht so richtig lesen ach das ist ungünstig wenn ihr mir beim indizenten noch die waffen raubt nein du sollst du erstmal auf die nacken verdammte axt ja genau und jetzt schwenkst du mal machst den so kaputt und dann so und ne manner kriege ich nicht mehr wieder schade 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 ähm muss ich alle mitnehmen eigentlich nicht der lehnten wir schon gar nicht blitzheilung mach 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 immer drauf der fällt auch gleich mit um das ist fein hier ist es eigentlich ratsam alle mitzumachen denn du hast eine chance auf die kugeln die hier drin der truppen die sind nicht schlecht Priester oh ein Kavalier Kavalier der gibt es doch bestimmt gut ins Gesicht der wird richtig schön raus drücken dann machen wir das mal so jawoll Verteidiger sind Paladine die heilen sich gegenseitig ja mal gucken wie lange ihr Mana habt ich hab länger hier siehste schon erst eine Heilung weniger und da fällt es aus dem Licht ha 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 ja ja ne so ist das mit dem Licht da ging es aus ähm Priester kommst du mit jo was wieder raus aus dem Target das ist nicht schön ich treff dich da oben das ist fein ähm dann nehmen wir erstmal den nur der heilt auch so seltsam so und ja ja mach ruhig weiter mit deiner Heilung das fetzt ich mach mehr Damage wie du raushaltest da geht das so wir sind hier kannst du Schmiede du kannst Pläne antatschen spawnt ein Schmied kannst du umklatschen kannst du Pläne bekommen aber Schmiedepläne machen wir auf dem Rückweg machen wir nicht jetzt hier komm klatsch siehste das ist auch gut Beheilung bei dir einen Moment jetzt nicht mehr ich könnte es auch unterbrechen ja das würde doch nicht so viel Spaß machen genau immer drauf hier so dann bin ich mal gespannt wie das dann da hinten funktioniert Priester so könnten wir sicherlich auch ok die verhindern wir hier ist einfach zu viel los einen Verteidiger und sonst gedöhnts und der haut auch noch ab Feigheit warum weint hier wird es ja ja auch nicht hier und jetzt so rum und für dich haben wir das da noch und das da auch noch und das da auch noch Quatsch der ging durch na halleluja Armschien des Gläubigen Gürtel des Lichts mit dem Zeug können wir uns beide erschlagen ja immer her damit hier wohl zwei Priester ja 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 ich mache jetzt mal keine Spässe Richtung Schweine Priester sowas macht man nicht sowas gehört sich nicht nein ich habe nichts gegen Priester um Gottes Willen aber bei zweien ist das eine scheiß Situation die hallen wir es nicht so gut zusammen genauso hier mit diesen Verteidigern dass du es richtig schwer hast aber die waren hier gerade mal grottenschlecht vier Mobs und alle können hallen und alle fallen um schwierig nicht bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal